Die neue Boeing 747 A Lufthansa ist die erste und bislang einzige Airline, die die neue 747 A im Einsatz hat. Die neuen Triebwerke sind um 15% sparsamer als die des Vorgängermodells und besonders leise. Die Beladung ist in vollem Gange. Nach 50 Minuten ist das Flugzeug startklar. Was folgt, ist immer wieder erstaunlich. 400 Tonnen heben ab und werden mit 1000 Kilometern pro Stunde in nur 7 Stunden die indische Hauptstadt erreichen.